Ich bin Morris Mecklenburg, ich bin 21 Jahre alt und im vierten Lehrjahr meiner Ausbildung zum Industriemechaniker bei BW Paper Systems Hamburg. Wir sind ein Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Wedel, welches bereits vor 150 Jahren gegründet wurde unter dem Namen ECH Will. Eure Schulhefte wurden wahrscheinlich auf einer unserer Maschinen gefertigt, denn wir sind Marktführer bei solchen Schulheftmaschinen. In meiner Ausbildung lernte ich zunächst die Grundlagen der Metallbearbeitung. Außerdem lernen wir Bohren, Fräsen und Drehen an verschiedenen Maschinen. Qualität ist bei unseren Anlagen sehr wichtig, deswegen prüfen wir jedes unserer Teile ganz genau. Hier in der Montagehalle lernen wir Industriemechaniker das fachgerechte Montieren von Baugruppen nach Zeichnung und die Montage der kompletten Maschine. Das ist anspruchsvoll, aber auch super abwechslungsreich. Dabei dürfen wir von Anfang an im Team mitarbeiten und Verantwortung übernehmen. Keine unserer Maschinen funktioniert ohne Elektronik. Dafür bilden wir auch Mechatroniker aus. Man lernt die Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik, baut Schaltungen, lernt den Umgang mit verschiedenen Steuerungsarten und prüft diese auf Funktionen. Genau wie Industriemechaniker sind Mechatroniker an der Montage der Maschine beteiligt. Sie bauen zum Beispiel Schaltschränke mit der kompletten Steuerung der Maschine oder schließen Motoren an. Danach werden diese geprüft und in Betrieb genommen. Wenn alles funktioniert, das macht einen echt Stolz. Was für mich die Ausbildung ausmacht? Wir lachen zusammen, wir haben viel Spaß und es wird nie langweilig. Man fühlt sich sofort als Teil des Teams, wie in einer großen Familie. Möchtest du dazugehören? Wir freuen uns auf dich! 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 Möchtest du dazugehören? Wir freuen uns auf dich!